Noch ist es nicht in Stein gemeißelt, aber der amerikanische Markt hat ein wenig ein Zeichen gesetzt für ein mögliches Ende der aktuellen Bewegung zumindest mal. Denn wir wissen, dass der Markt ja gerne fünfwellig unterwegs ist und auch hier sieht das so aus, als ob wir jetzt hier hinten im hinteren Bereich das, was wir als fünfte Welle identifizieren würden. Ein wunderschöner Anstieg bis dahin. Wir sehen das nochmal im großen Bild hier beim S&P 500. In dem Fall der Future, aber der Index bzw. die entsprechenden CFDs, die sollten ziemlich ähnlich aussehen, dass wir hier immerhin bis zur 61er Marke hochgekommen sind und jetzt hier beste Chancen auf den Rücksetzer hätten. Und das zeichnet sich im Moment ein wenig ab, wenn wir auf fünf Minuten Chart gucken oder Stunde, dann sehen wir, dass der Markt deutlich nach unten kommt. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Wir hatten auch vorher schon mal so ein bisschen Versuche steilerer Natur nach unten. Aber jetzt hängt es davon ab, was macht der Markt anschließend. Wie hier relativ zügig wieder nach oben mit steigenden Zwischentiefs beispielsweise, was ja immer ein Zeichen wäre dafür, dass der Markt eben noch nicht den Dreh geschafft hat. Oder aber schaffen wir irgendwie sowas, wo der Markt dann anschließend das letzte Tief oder eins deiner Tiefs dann durchstößt, um dann die nächste Abwärtsrichtung zu fahren. Das ist so halbwegs die Erwartungshaltung. Es würde wunderbar synchronisieren, diese verschiedenen Bilder, nämlich im übergeordneten Bild, wo wir ein Ende zumindest mal realistisch hätten. Das ist kein Beweis, nur weil wir in der Marke sind, dass der Kurs hier dreht, aber ein Hinweis. Verdient hätten wir mal einen Rücksetzer. Lasst uns das mal angehen, dass der Kurs hier wieder ein bisschen nach unten kommt. Wir sehen das hier im Intraday, im 4-Stunden-Chart und das ist der 4-Stunden-Chart oder Teile daraus. Oder wenn wir uns die letzten Anstieg hier angucken, also das, was wir hier haben, dieses Teilstück hier beispielsweise, dann spricht doch einiges dafür, dass wir gegebenenfalls hier dem Ende vielleicht schon entgegensehen. Und so ein deutlicher Rücksetzer, den wir jetzt hier haben, der würde das ebenfalls untermauern. So, wie gehen wir also vor? Na, klassischerweise wackelig nach oben abwarten. Das kann so aussehen. Das kann eine ABC sein. Das wären auf jeden Fall mal Hinweise. Idealerweise nicht zu weit nach oben wieder. Klassisch Fibonacci beispielsweise abwarten. Ich habe es vielleicht sogar schon ein bisschen zu weit gemalt. Eigentlich gerne so in die Mitte halbwegs rein. Erst wenn er da drüber geht, über die 78er Marke, ungefähr 2950 könnten wir uns merken, dann wäre jetzt erst mal das Thema vorbei und wir müssen noch mit weiterer Aufwärtsrichtung rechnen. Dreht er hier oben in diesem Bereich? Und was ist eine Drehung? Das kann man im Kleinen vielleicht erkennen. Aber wer es nicht erkennt, der guckt sich einfach so die letzten Zwischentiefs an als einen möglichen Trigger, um dann zu sagen, hey, das ist doch ein wirklich schöner Start, um das noch mal fortzusetzen hier. Also, dass wir sowas eventuell noch mal hier nach unten bekommen. Gar keine Frage. Dann sind wir bei 2860. Und wenn wir genau hingucken, da sind wir immer noch weit genug davon entfernt, von den klassischen Zielen, das letzte Korrekturmuster noch mal quasi wieder aufzuholen oder aber die eigentlichen Fibonacci-Zonen 50 bis 61,8, die ja noch mal deutlich tiefer gehen, 2600 beispielsweise. Also, eigentlich ganz spannend. Wie kann man im kurzfristigen jetzt also vorgehen? Für mich ist es interessant, kann man hier zwischendurch vielleicht sogar noch mal einmal long gehen, wenn der Markt quasi auf kleiner Ebene sowas liefert. Auf großem Bild hätten wir dann nichts anderes wieder als diese ABC-Kiste mit dem möglichen Zwischentief, um dann den Short einzugehen. Also wir sehen, im ganz kurzen haben wir die Chance, bei Gelegenheit hier sogar die Long-Seite noch mal zu fahren. Im mittelfristigen hätten wir dann allerdings die Abwärtsseite, die hier als nächstes noch mal kommen sollte. Ich hoffe, dass das ein bisschen eine Anregung war für den aktuellen Markt. Dafür drücke ich die Daumen. Wer mehr von diesen Nachrichten haben möchte, auch aufs Telefon geschickt. Der kann sich bei Trade2go anmelden. Da werden wir ganz viele Sachen hochladen und gucken, dass wir viele Leute damit versorgen. Wer also Interesse hat, einfach da mal reinschauen. Es ist kostenfrei, dementsprechend vielleicht ganz interessant. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.